Hey und willkommen bei Funklust, euren Campus Medien an der FAU. Bei uns erfahrt ihr, was in Erlangen, Nürnberg und Umgebung gerade so los ist und das wie immer mit der neuesten Musik. Aber nicht nur hier im Radio senden wir mehrmals die Woche, wir produzieren auch regelmäßig Videos und Webbeiträge und das alles hier aus unserem Studio im E-Werk, dem kulturellen Herzen Erlangens. Ihr seht, nicht nur technisch könnt ihr einiges bei uns lernen, sondern auch erste journalistische Erfahrungen sammeln. Vorkenntnisse dazu braucht ihr keine. Egal ob spannende Berichte zu Erlanger Bergkirchweih, Bandinterviews, Festivalreportagen oder Comedyformate. Bei uns ist wirklich alles möglich. Dankeschön! Natürlich könnt ihr euch dabei nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera kreativ austoben und das immer mit der modernsten Technik. Die Basis unserer Sendungen und Projekte ist eine kreative, engagierte und bunte Redaktion. Deshalb ist es uns wichtig, dass auch der Spaß nie zu kurz kommt. Mensch! Ihr wollt auch dabei sein? Dann schreibt uns einfach. Entweder an Social Media oder an mail.funklos.de Wir freuen uns auf euch!